Hallo und herzlich willkommen. In diesem Lernvideo beschäftigen wir uns mit dem sogenannten Kathetensatz des Euklid. Der Kathetensatz des Euklid gehört zur Satzgruppe des Pythagoras und kann in rechtwinkligen Dreiecken angewendet werden. Der Ausgangspunkt des Kathetensatzes ist der Satz des Pythagoras, laut dem das Quadrat der Hypotenuse, also c², genauso groß ist wie die Summe der Kathetenquadrate, a² und b². Die Hypotenuse ist die längste Seite eines rechtwinkligen Dreiecks. Die beiden kürzeren Seiten heißen Katheten. Um den Kathetensatz nun zu verstehen, benötigt man zusätzlich noch die Höhe des Dreiecks auf die Hypotenuse, also auf die Seite c. Dazu wird ein Lot vom Scheitelpunkt des rechten Winkels auf die gegenüberliegende Seite gefällt. Die Höhe teilt die Seite c in zwei Abschnitte, die wir q und p nennen. Der Kathetensatz besagt nun, dass die Fläche b² genauso groß ist wie die Fläche des Rechtecks mit den Seitenlängen q und c. Der Kathetensatz besagt außerdem, dass die Fläche a² genauso groß ist wie die Fläche des Rechtecks mit den Seitenlängen p und c. Schauen wir uns nun eine Beispielaufgabe an, bei der wir den Kathetensatz anwenden müssen. Gegeben ist ein Dreieck mit den Längen c und p. Unsere Aufgabe ist es, die fehlenden Seiten a und b des Dreiecks zu berechnen. Da wir die Seiten c und p gegeben haben, können wir mithilfe des Kathetensatzes die Seitenlänge a direkt berechnen. a² ist gleich p mal c. Also ist a gleich 3,16 cm. Um die Seite b mithilfe des Kathetensatzes berechnen zu können, benötigen wir die Seiten c und q. Die Seite c ist in der Aufgabenstellung gegeben. Die Länge von q können wir mithilfe einer weiteren Beziehung berechnen. Die Seite c ist nämlich genauso lang wie die Seite q und p zusammen. Stellen wir diese Gleichung nach q um und setzen die Werte für c und p ein, erhalten wir für die Seite q eine Länge von 3 cm. Nun haben wir alle Längen, die wir zur Berechnung von b benötigen, herausgefunden und setzen diese in die Gleichung des Kathetensatzes ein. Wir erhalten für b ungefähr 3,87 cm. Teste dein neu erlerntes Wissen noch mit unseren Übungsaufgaben. Dabei wünsche ich dir viel Spaß und Erfolg.